Du bist meine Freundin, kommst aus Österreich und hast mit mir Hardcore-Sex, jetzt gerade in dem Moment, was würdest du sagen, was ist da, was würdest du sagen auf österreichisch? So geil. Was? So geil. So geil? Schlecht mir das Ohrschlag, Felix, Alter. So geil. Ja! Ja! So schlägt mir. Was? Du alter Haberer. Alright.